Hi, heute habe ich wieder eine richtig leckere Kombination für dich und zwar das hier. Das ist ein perfekt gegartes Tri-Tip zusammen mit einer Rosenkohlpfanne und wie ich die auf dem Grill gemacht habe, zeige ich dir in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor wir uns die Zutaten anschauen, starte ich erstmal meinen Gasgrill. Hier habe ich eine große, gusseiserne Pfanne aufgelegt. Die brauche ich für die Beilage. Und dann starten wir jetzt die Brenner unten drunter. Nur auf der Seite hier direkte Hitze, Deckel zu, Pfanne vorheizen lassen. Und hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für das Tri-Tip mit der Rosenkohlpfanne brauchen werde. Los geht es natürlich mit dem Fleisch. Das hier ist ein wundervolles Tri-Tip, habe ich beim Schwarzwälder bestellt. Link dazu in der Videobeschreibung, wird auch Bürgermeisterstück genannt. Falls ihr noch weitere Erklärungen dazu braucht, schaut euch sehr gerne die Fleischsprechstunde an, die wir dafür aufgenommen haben. Und das werden wir jetzt gleich eben auf dem Gasgrill erstmal rückwärts grillen. Das heißt, ich werde es jetzt gleich mit meiner Royal Flaschmischung, da ist ja geräuchertes Paprikapulver mit drin, einrubben. Das heißt, wir haben ja so einen schönen Rauchgeschmack. Das eignet sich also perfekt dann für den Gasgrill, wo man ja eigentlich eher nicht räuchert. Und in der großen, gusseisernen Pfanne kommt dann hier Bacon sowie etwas Butter zum Einsatz. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schalotte. Rosenkohl, das ist TK-Rosenkohl, den habe ich gestern über Nacht auftauen lassen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Parmesan und etwas von meiner mediterranen Gewürzmischung. Das wird eine super leckere Geschichte. Und dann würde ich sagen, machen wir nicht lange rum und legen los. Das Fleisch möchte ich nämlich vorbereiten. Das heißt, es wird jetzt also gewürzt mit meiner Royal Flaschmischung. Das Ganze natürlich wieder in einer Schale gemacht, damit der Rub, der vorbeifällt, dann noch für die Rückseite benutzt werden kann. Dass wir das Ganze dann schön mit der Gewürzmischung panieren können. Wir brauchen auch gar nicht so viel. Wie gesagt, geräuchertes Paprikapulver ist schon recht geschmacksintensiv. So, und jetzt einfach mal alle Seiten schön mit der Royal Flaschmischung benetzen. Das lasse ich jetzt kurz ein paar Minuten so liegen, dass eben die Gewürzmischung schön ans Fleisch anziehen kann. Das wird großartig. Dann kümmere ich mich als nächstes mal um die Schnibbelsarbeit. Das heißt, ich habe hier zwei Schalotten, die werden jetzt einfach gerade aufgeschnitten. Die werden dann gerade klein geschnitten. Dann habe ich hier den Rosenkohl. Den werde ich jetzt, nachdem er aufgetaut ist, einfach immer nur einmal halbieren. Einfach damit wir da mehr Schnittflächen haben, wo Röstaromen anhaften können. Und dadurch, dass der ja TKA ist, ist der Prinzip schon weich. Also der wird nicht wirklich lange brauchen. Das ist also eine schnelle Beilage, die man machen kann. Falls ihr frischen Rosenkohl verwendet, ist die Garzeit erheblich länger. So, wenn ich jetzt den Rosenkohl fertig schneide, lege ich schon mal das Bürgermeisterstück hier oben auf den Zusatzgrillrost. Die Temperaturkontrolle übernimmt natürlich wie immer meine Mieterplus-Nadel. Die nehme ich mir jetzt und steche sie hier seitlich in das Fleisch hinein. Und dann machen wir den Deckel zu und weiter geht's. Und natürlich möchte ich den Mietern allen noch verraten, was wir vorhaben. Wir machen Rindfleisch. Wir machen ein Braten. Wir machen ein Try-Tip. 57 Grad schlägt davor. Ich gehe mal auf 56 und sage beginnen. Los geht's. So, Schnibbelsarbeiten sind erledigt. Hier sind meine Rosenkohle, Schalotte, Bacon, Butter. Parmesan reiben wir gleich frisch drüber. Und dann würde ich sagen, machen wir mal an der Pfanne weiter. Denn die ist inzwischen gut auf Temperatur. Das bedeutet, da kommt jetzt der Bacon und die Butter rein. Und da die so gut unterwegs ist, schieße ich direkt die Schalotten hinterher. Und lasse das Ganze erstmal anbraten. Währenddessen kann ich mich kurz um den Parmesan kümmern. Ich habe hier eine Reibe. Und dadurch, dass der Parmesan ja in der Soße schmelzen soll, können wir da ruhig auch die grobe Reibe dann nehmen. Und da reibe ich mir jetzt hier ein schönes Stück Parmesan runter. So, das ist aus dem Stück Parmesan geworden. Das bleibt über. Hervorragend. So, kurz Zeit später. Wird der Bacon hier schön angebraten. Und auch die Schalotten sind inzwischen gut angeschwitzt. Jetzt gebe ich hier den Rosenkohl dazu. Und wie gesagt, das ist TK Rosenkohl. Der muss letztlich, muss der jetzt nur wirklich erwärmt werden. Und das machen wir jetzt. So, fünf Minuten später. Bringen wir noch ein bisschen mehr Geschmack an die ganze Sache dran. Ich habe hier meine mediterrane Gewürzmischung. Und davon kommen jetzt zwei großzügige Esslöffel da mit dran. Dann rühren wir das Ganze einmal durch, dass die überall hinkommt. Das riecht aber jetzt schon richtig großartig. Schaut auch gut aus. Ich lasse den Rosenkohl noch ein klein bisschen mehr in der Pfanne anbraten. So, kurz Zeit später immer wieder mal umrühren. Oh ja. Das sieht fantastisch aus. Jetzt gebe ich 250 Milliliter Kochsahne da mit dran. Und zusätzlich noch 100 Milliliter Wasser. Alles mal durchgerührt. Und dann habe ich jetzt hier meinen Parmesan. Der wird jetzt schön untergerührt. Und dann muss das quasi nur noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Dass ich das alles schön miteinander verbinde. Dann ist die Beilage zu meinem Tri-Tip fertig. Das hat übrigens momentan eine Kerntemperatur von 35 Grad. Braucht also noch einen ganzen Moment. Pfanne braucht aber auch noch. Und von daher machen wir jetzt weiter. Die Temperatur im Grill regle ich jetzt aber ein bisschen runter, weil 200 Grad brauchen wir jetzt keine mehr. So, nach nun insgesamt 52 Minuten sind wir bei einer Kerntemperatur von 51 Grad. Meine Rosenkohlpfanne sieht fantastisch aus. Blubbert hier gemütlich vor sich hin. Angebackt ist da auch nichts. Das ist hervorragend. Die ziehen wir jetzt mal ein bisschen beiseite. Wichtig ist, wenn ihr die Pfanne anfasst, Handschuhe anziehen. Die schieben wir jetzt mal hier beiseite, weil wir hier unsere direkte Hitze, da drehe ich jetzt auch die Brenner mal ein bisschen mehr auf und dann nehme ich mir das Tri-Tip und lege es jetzt mal direkt auf den Brenner, das was noch ein klein wenig mit Röstaromen versehen können. Los geht's. So, kurz Zeit später drehen wir es noch einmal um. Schön am Blubbern hier, da wo die Fettkappe ist. Perfekt. So, der Mieter meldet sich. Das Fleisch möchte bitte vom Grill genommen werden. Der bitte kommen wir natürlich gerne nach. Und wir lassen es jetzt noch ruhen. Das sieht aber jetzt schon fantastisch aus. Den Grill kann ich dann ausmachen. Die Pfanne lassen wir einfach noch drin stehen. Deckel zu oder bleibt zu warm. So, insgesamt eine Stunde, acht Minuten hat es jetzt gedauert. Vom Start bis zu diesem Ergebnis. Die Ruhenszeit ist abgeschlossen. Da liegt es, das Tri-Tip zusammen mit meiner Rosenkohlpfanne. Und ja, da die Ruhenszeit erreicht ist, können wir es jetzt endlich anschneiden. Ich ziehe mal die Mieter raus. Die Fasern laufen hier so quer lang. Das heißt, wir können es auch da einfach tatsächlich so aufschneiden. Und ihr merkt beim Anschnitt schon, dass das Messer da durchgeht wie durch Butter. Das ist ein absoluter Traum. Ich hoffe, man kann das in der starken Sonne sehen. Der Gargrad ist absolut perfekt. Es ist saftig. Und es lässt sich wirklich schneiden wie Filet. Also das hätte tatsächlich nicht besser laufen können. Fantastisch. Leute, ich kann nicht sagen, bei dem Duft geht der kaputt. Hier haben wir ein Stück von diesem perfekt gegarten Tri-Tip. Und ich sagte ja beim Aufschneiden schon, es schneidet sich wie Filet. Wirklich, wenn ihr es gegrillt habt, noch ein Stück liegen lassen, dass es ruht. Und dann aufschneiden. Ihr habt gesehen, da tritt kein Fleischsaft aus. Absolut perfekt. Und jetzt habe ich hier natürlich noch was von der Rosenkohlpfanne. Auch die schmilzt euch einfach nur so auf der Zunge weg. Da muss kein zusätzliches Salz mit dran. Wir haben ja das Salz durch den Bacon und ein ganz klein wenig aus der mediterranen Mischung. Das reicht vollkommen. Und das ist eine perfekte Beilage. Das Ganze, wenn ihr so wollt, ist sogar Low Carb. Und eine richtig, richtig leckere Geschichte, wenn ihr Rosenkohl mögt. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zum Tri-Tip setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Hatte ich beim Schwarzwälder bestellt. Schaut da sehr gerne mal vorbei. Schwarzwälder drin, eine richtig leckere Geschichte. Und grillt das mal nach. Ganz einfach auf dem Gasgrill gemacht. Also nichts wie ran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn denn so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freuen die Kommentare. Solltet noch keine Abonnenten des Kanals sind, könnt ihr es gerne unten auf kostenfreier irgendeiner Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn man Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da sehr gerne vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Das war es für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Macht's gut. Euer Jan von Barbecue aus Rennhessen. Bis dann.